Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. Aber Jesus steht in Markus Kapitel 14, Vers 39, er betet einmal und nochmals selbst. Wenn uns eine Laus auf unserem Wort legt und ich habe einmal gebeten und ich fehl immer noch die Laus, dann darf ich auch nochmals weiter beten, selbst. Gott nennt mich das nicht schlimm. Einfach in diesem Kampf wiederbleiben, sage Gott, ich stehe einfach an und ich ziehe vor deinem Traum und ich werde dir am Helm an diese Sache und ich darf ihm dort wahr sein und wahr sein. Nicht, weil es Gott dort für jede Haft hat, aber mein Wort, mein Jesus, der Brück dort, dass ich mich immer noch Gott rechte, dass sich die Gedanke, die menschliche Gedanke nicht fast sagte und mit dem Glauben weichnehme. Dass ich nicht mit meinem Fleisch anfange zu arbeiten und ich anfange zu verbessern oder zu versehen im Glauben. Ich brauche das, dass ich Gott immer weiter sage, dass mein Herz, meine Seel, mein Denkchen immer weiter und Gott ruhe das. Ich sage Gott, dass ich das war und ich habe das Vertrauen, dass er mir antwortet. Denn Jesus hat das Verbild. Er hat das Kreuz der Gedanke, als er am ganz am Schwansten war. Und er hat er dort so lange, dass der Helm kommt. Der Helm, der er brugt, dem das diesen Kampf durchkommt. Herr, helpt uns daran, zu bleiben im Gebet, wenn der Kampf wieder wird. Helpt uns nicht abzuheben. Nicht uns von unseren Gedanken zu verleten lassen. Von uns weiten, dass wir einfach mit dir in Gemeinschaft bleiben, solange wir von dir die Antwort haben. Solange du dir die Hilfe geschickt hast. Und ich danke dir, dass wir das dürfen. Wir beten in Jesus' Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.